Mein Gott, nee, Alter, kann man da die scheiß NPCs hier ausmachen, danke. Oh, okay. Ich glaube, wir haben alle Drift-Zonen fertig, Alter. Warte mal, kann ich ja einfacher prüfen, wenn ich einfach in den Shop reingehe, ne? Nee, warte mal. Geh doch mal aus der Karte, genau. Ich kann einfach in die Garage gehen. Äh, zieh doch einmal komplett nach links, dann zeig ich dir komplett an, was du alles fertig hast. Hä? Wie? Einfach von der Karte komplett rausgehen, von dem weißen Strich nach oben, immer komplett nach links oder nach rechts raus aus der komplette Stadt. Ich bringe schon in die Garage, kannst du nicht schenken. Achso. Ah ja, da ist er, M4 GTS freigeschaltet. Und den Pista-Fista, Alter, auch endlich mal freigeschaltet. Ich hoffe, der ist hier besser als in der Crew, ne? Hä? Hä? So. Und wir kriegen noch ein bisschen Neon hier. Oha, was habe ich denn noch bekommen? Schwarzer... Oh, ich habe irgendwas Schwarzes bekommen. Optik-Tuning. Wir müssen uns hier mal generell kurz angucken, was ich jetzt hier habe. So, Nitro-Farbe. Ach, guck mal hier. Regenbogen-Nitro. So, baue ich erstmal ein. Erstmal gucken, wie das aussieht. Reifenqualm. Schwarzer Reifenqualm, Mann. Ja, Mann. Geil. Ich dachte schon, den gibt es hier nicht mehr. Sauber. Ja, Neon weiß ich jetzt gar nicht. Können wir mal kurz so ein bisschen durch... Ich finde einfach schade, dass man das Neon jetzt nicht sehen kann. Das ist richtig dumm, ne? Das kannst du erst draußen sehen. Wo ist der Sinn? Warum? Wenn es dunkel ist. Das macht keinen Sinn. Ja, viele... Mischungen, ne? Grün-Gelb, grün-Chicise. Das ist auch wie ein Payback, ne? So pulsierend oder Welle. Den finde ich auch geil. Er wischt. So, wie Polizeiblaulicht. Also das Amerika. Mhm. Goldene Welle. Jetzt kommen die ganzen Einfarbigen. Hm. Ja, irgendwie nichts cooles dabei, so, ne? Das probiere ich mal aus, hier. Finde ich aber schade, Alter. Neue Hupen gab es nicht, ne? Warte mal, doch, die ist neu, glaube ich. Jetzt den Wagen nochmal. Ich glaube, die ist neu. So. Jetzt muss ich erstmal mal was mit der Karte ausprobieren. Uptime drei Stunden. Aber guck mal, wir haben auch noch Autos ausprobiert am Anfang. Das hat auch eine Stunde gedauert, ne? Ja. Ach so, meinst du. Einfach auf das Wasser hier gehen mit dem Cursor. Yo. Yo. 100% abgeschlossen. Palm City. So, jetzt haben wir alle Autos freigeschaltet. Und alle Neon, Nitro und so ne Scheiße. Erstmal will ich jetzt der Reifenfall anbogen. Jetzt musst du gucken, wieviel Stunden du gespielt hast. Dann komplett. Kann man ja nicht, ne? Kann man ja nicht, ne? Müsste gehen, aber... Der Reifenfall ist leider. Das ist Spaß. Äh, was haben wir noch? Das ist Nitro, genau. Regenbogen-Nitro. Äh, warte mal, wir brauchen irgendwo ne Gerade hier. Regenbogen-Nitro, let's go. Ja, man sieht's halt einfach kaum, ne? Nein, jetzt ist es gerade ausgegangen. Sieht eigentlich fresh aus an dem Wagen. Kann man machen. Ja, keine Ahnung, also... Weiß ich auch nicht, ey. Weil ich davon halten soll. Man erkennt es einfach irgendwie gar nicht, ey. Kannste lieber rotes reinmachen oder so. Sieht man besser. Warte mal. Jetzt musst du eigentlich auch die Platin-Trophäe bekommen haben, oder? Ne, hab ich nicht. Warum hab ich denn keine bekommen? Das hab ich bekommen. Die hellsten Sterne. Erreiche in allen Aktivitäten im Spiel eine Drei-Sterne-Wertung. Ja, Hauptsache ich hab hier erst 93%. Was fehlt denn jetzt noch?